Die Sache, wo waren wir und ja, wie geht's weiter am besten. Ja, Giersüße. Gere, Hähnchen. Hähnchen zwischen die Kämen. Ficht, das sollte so gesehen angefangen werden. Bei den Angeln? Ja, ja, ja. Vor allem ist ein bisschen, ja, ja, und es ist auch noch nicht so, wie ich nach vorne. Und, Größe her. von der größe würde ich mal ehrlich mal sagen dass es scheiße ist die frau bis scheiße wir können ja auch die jahren wir haben jetzt reisen auch was um ein fortschritt wollte ich in welche richtung gehen hier könnte ich machen wäre vielleicht sehr sinnvoll aber das hier ja nicht die ganze zeit durch verlieh ich nicht so viele könnten dann auch den teich hier so ein bisschen anpassen und wir könnten hier ein bisschen erste teich dann bohme die positioniert ja wenigstens die dinge hier dahinten will ja nicht warum auch immer das nicht funktioniert eigentlich müsste das genauso funktionieren sollte aber ich ist dass ich es ja nicht ich muss mich halt so ein bisschen sortieren die sache ist in welche richtung wollten wir jetzt gehen können halt jeder portal machen die bienen können wir halt auch nebenbei machen machen so wir hatten ja wegen erfolge hatte ich doch einfach krafte kippe kippe so gesehen der ersteller setzt legen aber bei setzlingen wie ich halt auch keine ahnung get honeykamp oh bett in that sleep we're good oh oh nein nein und keine ahnung wie und woher wir mir bienchen und der hannik am bau stimmt haben wir schon eine schere we shall be friends we shall be friends ah get some people got over get some paper 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 i also remember that is not the problem wenn man das erhandeln kann ich will jetzt schon so wie viel zielte zombies und das heilen und ja so ne idee blind das ist eine map ja okay paypal kriegen wir aus honig warum kriegen wir wohl nicht also wieso und deshalb weil das ist interessant weil eigentlich hätte bei paypal hätte ich was anderes erwartet aber wenn jetzt jetzt liegen oder kann man das holz auch einfach glaub eigentlich nicht da kriegen wir das vielleicht doch um den händler bambus er hat wirklich interessant und wie weit ihr gewisses zeugt also paper ist jetzt nicht das problem zum paper paper plates mit der paper erblends geht zum paper berät zum und lapis kraft buchstab wird kill den eigenen golem also wir haben jetzt papier hier mit papier blut da ja okay das sind so dinge ja ich würde einfach mal sagen wir machen in richtung portal und bei portal bin ich mir wieder recht unsicher wohin ja komme kommt meine klein kommt ihr der stinker da kommt ouch warum muss das denn immer wieder passieren das ist nicht so lustig das ist sogar unschön wenn ich ehrlich bin ich darf nicht so weit hinter gehen ansonsten ich kriege es immer wieder in die lösung das kann ich auch nicht mit der nacht flicken das würde ich zwar gerne aber lohnt sich nicht und bringt mir nichts wasser ich wollte noch felder anlegen glaube ich ich bin mir da nicht sicher ich bin mir da nicht sicher ich bin mir da nicht sicher aber das ist eine idee das ist nicht so lustig sein das ist die sache wie war das jetzt das war mit dem wasser eimer die hier nochmal labeeimer mit dem feuerzeug eigentlich hier sehr teuer wir haben eine ecke seite noch immer keine nahrungsversorgung wir haben hier ein bisschen chaos hier ist man wieder zu richten muss man jetzt die weide nicht Hier bringt aber eigentlich gar nichts. Das ist die Hasenkack. Das war eine blaue Blume. Mit Lapis herstellen. Lap. Welche Lapis haben wir schon herrschen können? Für den Erfolg. Aufgefilmt Erfolg. Wenn schon, denn schon. Der Klick habe ich hier. Acht sogar. Das plane sucks. Wieso sagt der Plan? Krafte Bukchef. Du bist ein Wälder. Du bist ein Wälder. Gerne. Mein Problem ist ja eher das Rätseln. Ich bin ein Eis. Eis Baby. Das ist alles noch nicht so ausgereiftig. Von den Tieren oder so. Wir brauchen also eine Honey Farm. Eine Honey Camp Farm brauchen wir. Ich hätte eigentlich gern auch das Zeug. Sprich. Ich bin zum Zombies. Eigentlich zum Villager. Mit den Eilen bauen wir. Im Grunde müssen wir in die Hölle. Bei dem Teich war es eine nette Idee. ever. So, mei. Wir kriegen halt nicht, was wir brauchen. Ein bisschen. Kann ich hier zwar irgendwie was für Kissen machen, aber... Jetzt versuchen wir es so hinzumachen. Ich bin ja auch nicht wirklich. Ich habe nicht so eine gute Idee. Ich bin ja auch nicht wirklich. Eigentlich vor allem andere Holzsorten. Stört mich halt so. Haben wir denn Flint? Ja, wir haben Flint. Wir haben auch Eisen. Und wir haben... Machen wir ja noch Stein. Haben wir denn Flint? Wir haben Flint. Ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig. Ist toll. Ein Krabbel war aus Erde und Stein. Können wir beides Farmen. Stein braucht man dann einfach nur noch ein bisschen Farmen. Ah... Weil wir was ein total lang geht. Sollten wir... Gewuppt bekommen. Okay komm. Ah... ist dass man direkt wir gehen raus und sind am arsch weil der nieder nicht generiert ist ich weiß es aber nicht ein bisschen stein ja und ist okay ist dass wir da etwas verbrauchen werden auch hier jetzt krebel dann nehmen diese hier dann wenn man mal die pech braucht ein haben wir ein zwei sehr schön und noch einen hätte ich gerne ja jetzt sollte es sein ich stelle die direkt hier ach verdammt brauchen wir ja auch die hätte ich jetzt unterschlagen die sind die poll dich nicht raus schönes ist das genon datapack das das hier wollte ich nicht das wollte ich nicht das ist das ist das ist das ist das ist das 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 ist ist das ist das ist das ist irgendwo machen wir das hin das ist das das ist das ist das ist 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 das ist das das ist das das ist ist das ist ist das ist das ist das ist das 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 ist das ist das ist das ist das das ist was für